ein schönes Kitsch oder so holy schön wirklich sehr schisch alter was hat alter was hat die denn für Hex die KM da es ist nah meine das den Zuschauern herzlich willkommen mit einer kleinen Runde 1 2 1 auf die Monia und eigentlich würde ich das mit dem ist der Dentalman aufnehmer beantwortet mir einfach nicht aufs Kopf ja also ich möchte jetzt erstmal hier ein paar kleine Sachen ansprechen bevor die Runde eigentlich an sie startet also nein jetzt nicht dummes Kind also wie schon gesagt ich habe jetzt hier so ein bisschen geändert also ich habe jetzt so ein kleineres Fadenkreuz so ein kleineres Inventar und so also falls ihr das nicht so wollt dann sollt ihr schreibt mir das mal bitte in den Kommentaren dann mache ich das etwas größer aber ich komme damit jetzt halt besser klar irgendwie also ich kann damit schneller Kistenloot so ein PvP weiß ich jetzt noch nicht habe ich noch nicht unbedingt viel gespielt dann das zweite Thema ist das gestrige Bedwars Video musste ich ja löschen oder habe ich gelöscht da ist oder heute früh ich bin halt auf dem Kanal gegangen habe geguckt ja YOLO schreiben mir wieder Leute dass meine Videos nicht geschaut werden können und da wurde halt die Tonspur komplett rausgenommen wegen unheberlichen Recht oder so keine Ahnung so ein Scheiß ist da wirklich gesperrt worden das tut mir wirklich sehr leid also deswegen das war halt nur wegen einem Lied und das war halt nämlich von dem umgespielt das ist der umgefilmte Intro der Intro Song man muss die Single halt erst kaufen oder die CD kaufen und das dann halt erst dort anmelden damit man damit ähm damit man das halt dort spielen kann ja hier kommt ja ja ähm so dann geht das jetzt erst los hey Leute was machst denn du bist du dumm die die komm dann nehm ich dich gleich nochmal los los klick mich los klick los ok ein schönes Kit also holy schön wirklich sehr sheesh alter was hat alter was hat die denn für Hacks Hacks aber gut ähm jo dann werden wir das Dimmel hier mal endlich lassen na komm jetzt spüren wir alter Gigi das Kit war ja lustig also man hat mit einem Hit dann die Rüstung kaputt gemacht also ich glaub mal ähm XX äh ach so ja gut er hat mich eh gebleidigt ja jolo ähm also wie schon gesagt das wegen dem gestrigen Video tut mir da wirklich sehr leid ähm ich hoffe ich kann das irgendwo an einer bestimmten Stelle auch wieder ändern also ich werde dieses Lied jetzt nicht mehr rein nehmen das ist halt natürlich meine Interessung da muss ich das natürlich erstmal anmelden bevor ich das halt nehmen darf also wir nehmen ja nur ähm den ähm nur den nur den bestimmten Teil aus dem Intro also aus dem Lied und werden das dann halt wieder nehmen und okay okay beide haben getroffen XD oh man ey so ähm ja also wie schon gesagt ähm ich versuche auch gerade zur Zeit ähm Tackett wieder zu starten ich krieg's aber nicht hin ich schaffe es einfach nicht Tackett wieder rein zu machen ähm also Leute da das ist eben ich hab keine Ahnung ob es überhaupt noch irgendwie geht ich versuche gerade in TechWord noch rein zu kommen irgendwie das ist nämlich ein Modpack von einem Kumpel der auch einen Kanal hat könnt ihr auch mal abchecken RamingTube heißt der Kanal ist unverlinkt also da auch mal vorbeischauen ähm die machen auch äh eigentlich recht eigentlich die haben die machen auch richtig gute Videos ne jetzt nicht ähm ähm ja so müssen wir kurz schreiben ne mache Aufnahme und erkläre was XXD ähm also wie schon gesagt ähm ich versuche gerade in TechWord reinzukommen wenn das gehen würde dann wäre ich so so überaus komm hier schlag mich los schlag mich los schlag mich schlag mich hallo wo sind denn die ähm schlag mich hier schlag mich jetzt wird sie gefickt diese nutte so jetzt haben wir sie oh alter so da werden wir jetzt kurz schreiben x xxz unterstrich gaming wolf unterstrich xx hex aufnahme so aufnahme so ähm also das ist ja ne note da muss man ja dazu nicht mehr sagen ne weil wir die Hacken sind schlecht ähm hallo hier schlag mich schlag mich los schlag mich los schlag mich so ja ich nehm das ist halt meint die gucken gar nicht mehr ins Inventar und dann sehen die da die Spitzhacke und die Spitzhacke ähm ist halt das gleiche ist halt halt die gleiche Schlagweite oh nein ah man ne oh oh scheiße oh scheiße oh scheiße lol lol warum ist die jetzt rausgegangen ist die scheiße ähm aber egal so ähm was wollte ich noch ansprechen mhm es war noch so ein Thema das habe ich vergessen oh mein gott ich bin so schlecht im Themenwerken äh 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 hier schlag mich schlag mich oh man hallo schlag mich jetzt okay ist auch ein ist ein ich glaube das ist sogar von einem anderen youtuber das geht und ähm ich habe sogar schon gestern mein Texturmpack fertiggestellt ich habe das sogar schon dem erste Freund sogar schon gegeben ähm 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 der liebe ähm checkoff hat das äh Video also hat das Texturmpack schon bekommen und der Sebulot auch ich weiß nicht ob es Starkeller auch schon hat aber das werden wir früh genug erfahren irgendwie kriege ich doch schon raus ob er es schon hat ähm ja also also sie haben bis jetzt alle gesagt dass es wirklich geil aussieht ähm bloß es ist ich habe es jetzt nur in der 128er Form also deswegen Entschuldigung ähm ich werde mich hinsetzen also ihr probiert erstmal bitte aus ob ihr mit einer 128er Form spielen können von dem Tex-Ressourcenpack das ist nämlich in der 1.8 und der in der 1 äh so 1.8 und 1 7 ist das auf jeden Fall könnt ihr beide spielen bloß diese Leitern sehen bei der 1.7 halt so ein bisschen buggy aus da ist nämlich nur so ein Streifen das ganze Ressourcenpack ist auf der Basis von ähm Pure BD Craft und ja wird dort auch endlich bleiben denke ich mal weil mir Pure BD Craft eigentlich sehr gut gefällt hier KBRK-Lot ne die schlag ich nicht auf die Fresse am liebsten würde ich jetzt auch mal extra machen aber dann wäre ich ja gebannt hallo bist du noch da? nein gut ist ja nicht man wo sind denn hier Leute? hallo schlag mich hier schlag mich schlag mich schlag mich komm ok oh er ist wirklich gut er ist wirklich ein Bogenskill hat er wirklich oh nein oh nein oh nein scheiße alter warum treffe ich den nicht bin ich scheiße fuck 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 das wird die erste Runde die ich verkacke oh was GG oh was alter oh was alter was alter was ja Leute an dieser Stelle dann würde ich sagen hau darin bis zum nächsten Mal und falls ihr weitere Infos haben wollt oder so zum Kanal dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare mich würde das wirklich interessieren mit dem Text Ressourcenpack bitte schreibt es in die Kommentare falls ich werde in den nächsten paar Tagen meine 100 Abos knacken und da werde ich auch das Ressourcenpack zur Verfügung stellen und dann würde ich aber an dieser Stelle sagen ähm ja hau darin bis zum nächsten Mal und ciao ciao